Tag 2 mit Finnbob. Ihr seht, es regnet schon wieder. Gestern hatten wir zum Glück noch mal Glück gehabt mit dem Wetter. Und heute gehen wir ins Museum, ins Stockhalper Museum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich hätte euch gerne mit reingenommen ins Schloss, aber leider sind im Schloss die Aufnahmen nicht erlaubt. Ja nun, aber ein paar Fotos und so kann ich trotzdem keiner machen. Zwar nicht im Schloss selber. Viel Spaß dabei. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018